Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, Bitcoin bei 30.000 US-Dollar. Endlich wurde die Marke erreicht. Wir haben ja schon die letzten Tage oder Wochen immer wieder darüber gesprochen, dass 30.000 einerseits eine psychologisch wichtige Marke ist, andererseits natürlich eine Marke, die wir auf jeden Fall preistechnisch treffen sollten. Das haben wir jetzt nur getan. Geht's möglicherweise noch höher. Sehen wir sogar 32.000 oder 34.000 US-Dollar. Das werden wir uns im heutigen Video erst einmal anschauen. Doch bevor wir starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinkommt. Wenn ihr Bock habt auf Updates, Signale oder sonstiges, kommt da gerne rein. Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten, wenn ihr noch eine Exchange sucht, checkt gerne meinen Partner Bingex ab. Link ist auch unten in der Videobeschreibung. Gut, und damit würde ich sagen, gehen wir direkt rein in die Analyse. Momentan, wie gesagt, bei 30.100 US-Dollar. Wir haben heute Nacht nochmal einen ordentlichen Pump gesehen. Nachdem gestern schon am Montag ordentlich Bewegung reingekommen ist und wir schon über der 29.000 US-Dollar-Marke waren, war es dann auch nicht mehr weit zu den 30.000 und genau da sind wir jetzt in der Spitze hingekommen. Bis auf 30.400 US-Dollar. Das wir direkt zu durchballern Richtung 30k und unser Geiz im 4-Stunden-Close darüber sichern. Hätte ich ehrlich gesagt jetzt auch erstmal nicht gedacht. Aber gut, soll mir ganz ehrlich recht sein. Doch wie geht es jetzt im Endeffekt weiter? Also unsere Long-Position habe ich gestern schon dazu geschrieben. 70% sind zu. Ich warte aber noch ein bisschen auf den Short. Ich habe gestern schon mal so einen kleinen Short aufgemacht. Der ist jetzt racked. Deswegen momentan ist mir das Risiko jetzt einfach zu hoch hier auch ein Signalshort zu geben. Das würde ich euch jetzt momentan zumindest nicht zumuten. Denn wir haben ja noch ein paar Preisziele zu erreichen. Vor allem gehen wir mal da ganz kurz auf den Daily Time, damit ihr wisst, was ich meine. Ihr kennt diese riesige Box bis 32k. 32.400, 32.500 circa. Das ist unsere Box, die meines Erachtens nach noch ausgereizt werden könnte. Morgen sind die Inflationszahlen. Auch das sollten wir ein bisschen im Blick behalten. Also morgen könnte dann auch so dieser Trendwende-Bereich sein, worauf wir dann ein bisschen mit Vorsicht genießen sollten. Trotzdem, jetzt bleibe ich erstmal ein bisschen long eingestimmt. Nächste, sage ich mal, Widerstandszone. 31.500 beziehungsweise 32.400 US-Dollar brechen wir da durch. Dann die Ineffizienz. 34.300 oder sogar 39.000 US-Dollar. Das waren ja hier die FIP-Zonen, die wir hier durch diesen Abverkauf hier gesehen haben. Ich zeichne euch das nochmal ganz kurz ein mit dem FIP. Also von unserem Abverkauf damals hier ziehen wir das FIP-Level. Da seht ihr auch die nächsten Preisziele. 34.300 US-Dollar, das wäre das 2.618 oder das 3.618 bei knapp 40.000 US-Dollar. Jetzt gehen wir aber trotzdem mal in die kleineren Timeframes, weil auch hier sehen wir etwas Confluence. Wir haben ja gestern schon mal darüber gesprochen. Symmetrical Triangle hier, wo einerseits das bullische Preisziel jetzt erreicht wurde oder knapp noch erreicht werden könnte. 31.000 US-Dollar. Aber wir haben noch ein bisschen mehr Confluence. Und das möchte ich euch jetzt ganz kurz mal zeigen. Das ist mir nämlich vorhin hier gekommen. Auch hier FIP-Level ziehen und dann gucken. Wir sind genau jetzt am 1.618 bei den 30.462 hier erstmal rejected worden. Müsste ich hier noch minimal anpassen, aber dann passt. Das 2.618 liegt genau bei 32.400 US-Dollar. Das heißt genau hier oben, wo unsere Widerstandszone ist. Das wäre dann der Überextension-Bereich. Und dann die Zone, wo wir jetzt gerade eben davor drüber gesprochen haben, die 34.500 US-Dollar. Dort liegt das 3.618. Also ihr seht, die Confluence in diesen Bereichen oder mit diesen Widerständen ist exorbitant hoch. Das heißt, hier werden wir auf jeden Fall die nächsten Take-Profit setzen. Ich warte jetzt nur gegebenenfalls nochmal auf einen kleineren Rücksetzer. Gegebenenfalls auch hier, nehmen wir uns ganz kurz das FIP-Level zur Hilfe, schauen uns das mal an. Also von unserem Up-Move bei 28.100 US-Dollar bis zu unserem jetzigen Hoch könnte es auf ungefähr 29.000 US-Dollar nochmal einen Rücksetzer geben. Ja gut, wir würden die 30.000 US-Dollar wieder verlieren, ist jetzt aber ganz ehrlich nicht so dramatisch. Lieber nochmal einen gescheiten Retest. Auch unsere ehemaligen Range, die wir hier hatten, bei ungefähr 28.800 US-Dollar. Aber lieber brachial kurz runter und dann mit neuen Schwungen, wie gesagt, bis knapp 32.400 US-Dollar. Bis dorthin sehe ich Luft, ob wir jetzt wirklich darüber ballern. Das werden dann morgen die Inflationsdaten zeigen. Sollten die positiv sein, das heißt Inflation unter 5 Prozent, dann sieht die ganze Sache sehr, sehr bullisch auch für uns aus. Und dann kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir hier sogar weiter pumpen. Aber das ist alles ein bisschen Zukunftsmelodie. Ich warte jetzt hier gegebenenfalls auf den Retest, hier unten die 29 oder 28.800. Dann werde ich die Position, die wir hier unten am Sonntag eröffnet haben, bei 27.700, 27.800. Würde ich dann hier unten nochmal verdoppeln. Wieder auf höhere Positionsgröße, dass wir hier irgendwie einen Stop-Loss bei 28.400 oder sowas oder unter diesen Dingen hier kriegen. Müssen wir mal gucken, wie wir das am besten anstellen. Und dann, sag ich mal, den nächsten Up-Move in Richtung 32.400 US-Dollar mitnehmen könnten. Wenn wir jetzt wieder so ein bisschen nach Traders-Reality gehen, wisst ihr auch, okay, wir haben den ersten Push, dann wäre das der zweite, dann, also das ist dann der zweite, dann gegebenenfalls nochmal ein Rücksetzer und dann vielleicht sogar die 34.500. Also ganz ehrlich, ich schließe diese Woche erst einmal nichts aus. Die Möglichkeit bestünde, dass wir sogar bis 34.400 US-Dollar steigen und dann möglicherweise erst die 25.000, 26.000 US-Dollar wiedersehen. Aber wie gesagt, zu viel Euphorie ist jetzt noch nicht angesagt. Ich habe schon die ganze Zeit gesagt, wir müssen nachhaltig über 32.000 US-Dollar kommen, um wirklich bullisch zu sein. 30K ist der erste Step, Liquidität aus diesem Bereich nehmen. Aber 32.400, das ist dann der endgültige Game-Changer meines Erachtens nach. Gut, dann gehen wir rüber zu Ethereum. Auch hier komischerweise kein höheres Hoch auf einen 1-Stunden-Time-Frame. Also da haben wir noch nicht die Marke von 1.000, sorry, da haben wir noch nicht die Marke von 1.943 US-Dollar rausgenommen. Das heißt, Gefahr für ein doppeltoppe Stünde hier noch, ganz ehrlich, aber ich richte mich hier momentan ein bisschen mehr nach Bitcoin. Bitcoin performt momentan alle Assets aus. Ist ja auch normal, die Altcoins werden dann so nach und nach ein bisschen nachziehen. Solana habe ich schon gesehen, extrem am Pumpen und ich denke, da werden auch noch ein paar andere Altcoins nachziehen. Merkt euch mal Matic, schaut euch ein bisschen Matic mal an. Oder vielleicht schauen wir uns dann später nochmal einen kleinen Altcoin-Update-Video an, aber der performt momentan oder könnte vor dem nächsten großen Breakout stehen. Ja, wie geht es bei Ethereum weiter? Auch hier müssen wir jetzt erstmal noch ein bisschen abwarten. Würde ich momentan ehrlich gesagt nicht in eine Trade reingehen. Golden Pocket, haben wir gestern darüber gesprochen, perfekt gezogen. Erst einmal, wichtig ist jetzt, dass wir hier ein höheres Hoch reinkriegen. Erster Step, erste kleine Step, wir haben ein Close über 1.914 US-Dollar bekommen jetzt in den letzten vier Stunden. Aber bullischer wäre es, wenn wir über 1.943 US-Dollar schließen. Wenn wir darüber schließen, dann sieht es wirklich gut aus. Schließen wir nicht darüber, sondern wirklich drunter, dann ist Barish und dann könnten wir hier wirklich einen Doppeltop kriegen und dann nochmal einen Abverkauf bis 1.700 US-Dollar. Ja, sehe ich jetzt aber erst einmal kurz, was ich nicht, ich würde ganz ehrlich das Augenmerk auf Bitcoin legen. Ethereum jetzt in den Trade reinzugehen, erst einmal nicht das Einzige, was wir machen könnten. Wir ziehen das FIP jetzt mal hier ganz kurz weg und ziehen uns das kleine FIP-Level von dieser Gesamtbewegung, die wir hier hatten. Würde ich aber jetzt hier anfangen, weil hier die Bewegung stattgefunden hat. Dann wäre nochmal ein Retest hier, 1.880 im Bereich des Möglichen, dass wir hier einfach nochmal reingehen, Retest sehen und dann gib ihm höheres hoch und dann die 2.000 US-Dollar Marke anvisieren. Das wären so jetzt die nächsten Trades, sage ich jetzt einfach mal, die wir eingehen könnten. Erst einmal schauen wir mal, was sich da noch ergibt. Was ich noch sagen wollte, Gold extrem gerade wieder am Ballern. Also auch hier sehen wir wieder ein bisschen Confluence Gold, Bitcoin und sowas. Golden Pocket, perfekt gehittet. Und jetzt gib ihm 2.000 US-Dollar, erster Take-Profit wurde jetzt bei mir zumindest mal erreicht. Vielleicht konnte das noch jemand mitnehmen hier bei Gold, würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Also ihr seht, momentan perfekter Wochenstart, hoffen wir, dass es auf jeden Fall so weitergeht. Gehen wir noch ganz kurz zu den News rüber, wie sieht es da aus. Coinbase integriert, Bitcoin Lightning Network. Sehr, sehr gut, ich nutze nur kein Coinbase, ich weiß nicht, ob das einer von euch da draußen überhaupt noch nutzt. Allein die Gebühren sind halt einfach abartig teuer. Ja, gut, gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare reinschreiben. Was haltet ihr davon? 32K heute noch, die Woche brechen wir die 32K. Schreibt es unten gerne, auf jeden Fall in die Kommentare rein. Das war es von meiner Seite. Ich würde sagen, wir hören uns dann entweder heute Nachmittag oder morgen früh wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen, erfolgreichen Tag. Das war es von mir. Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay quick.